Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute reagieren wir auf deutsche Memes und ja, let's go. Deutsche Memes. Sieht man das? Ja. Da auch erstmal ein Stößchen. Da, aber abonniert habe ich schon. Sieht man das? Ja. Liken natürlich auch. Und ja. Let's go. Timmy hat den Bogen raus, denn Timmy ist nicht dumm. Doch Marundet und Vicky kommandieren ihn herum. GINSBIT! Manchmal frage ich mich auch, was falsch mit den Jungen ist, äh. Ja. Seiten auf Null. Seiten auf Sifir. Seiten auf Null geschnitten. Seiten auf Sifir. Seiten auf Sifir. Seiten auf Sifir. Seiten auf Sifir. Nee, Junge. Nee. Ich bin schon groß und vier. Moin Leute, Trimaxi. Weißt du, ich seh Leute und dann seh ich sie 15 Jahre nicht und dann sind die einfach 15 Jahre älter. Digga, erst mal. Ja. Nee. Nee. Und der Kontrolleur nach dem Namen fragt. Benjamin, Benjamin Blümchen. Oh, Entschuldigung. Da hab ich mich wohl im Raum geirrt. Give me, give me a round of applause. Ah ja. Oh mein Gott. Ich hab ne ganz schlimme Krankheit. Der muss mir helfen. Weiß ich gar nicht, wie ich mich... Netflix. Schaust du noch? Jürgen und eine Tochter. Wow, come on. Oh, come on, come on, come on. Ja. Hatte ich auch schon das F drin. Komplett weg. Ich hab Mädels gebumst, zwei am Tag, fünf Mädels am Tag geküsst. Wenn ich meinen Enkeln später von meiner Jugend erzähle. Ah ja. Fünf verschiedene. Ich hab richtig rumgehurt wie ein Arschgesicht. Und dann hab ich nen roten Ferrari gehabt. Dann hab ich auf einen Schlag voll viel Kohle gemacht. Ich hab in Miami gelebt, Alter. Ich hab meinen New York City beide Awards gewonnen. Deutsche Maschine. Mein Freund, du siehst scharf, wenn du 50 Jahre alt bist. Wie geht's? Danke. Niemand. Wie ich, wenn ich mir den kleinen Zeh am Türrahmen stoße. Fühl dich komplett, also wirklich fühl dich, ja. Fühl dich. Ich, bitte dieses mal nur einen Schluck R. Das hatte ich tatsächlich noch nicht. in meiner mutter an meinem geburtstag ständig unnötige fotos macht jedes mal so bei onlineunterricht aufgabe 7 sagen keiner ja wenn sich keiner meldet nämlich halt irgendjemanden dran ja wo warst du ich hatte internetprobleme aber alles gut okay und was jetzt die lösung für aufgabe 7 420 wir haben deutschunterricht du kleiner hohen wenn sie auf schlangenbändiger steht da bin ich jetzt mal gespannt aufgefallen oh mein gott in gott steckt das wort drin das heißen gott hat gewollt dass man braucht weil einfach gut ist weißt du was das geile an fifa ist ich nachdem ich 8 zu 0 abgezogen wurde dank fifa habe ich jetzt einfach eine kontrolle haltung ja einfach eine kontrolle haltung da drehen wir den kopf um niemand könige im mittelalter wenn jemand gesagt hat dass die erde rund ist spezialisten wie ich erkennen das sofort und drehen den kopf um dann kann gar nicht schief gehen und der in zehn jahren wenn nicht mehr läuft dritten teil meiner haustour und die ist natürlich dann die menschen im keller ich würde sagen wir haben geschnackt nicht lange wir gehen schon mal runter hier ist eigentlich ja das denke ich auch hier wollen die wände gestrichen in schwarz hier hängen schöne bilder von mir bevor und nightstand du hast kondome ich ins loch steige erbitte ich bei gott den segen nur er kann uns beschützen angst habe ich aber meistens keine mehr ich vertraue einfach gut so leute das war es aber mal wieder mit dem video ich hoffe es hat euch gefallen schaut unbedingt wirklich bei sieht man das vorbei den link packe ich euch unten die video beschreibung erster link und ja bis dann bleibt ciao ciao ciao